Beat the Beast ist am Start mit dem Tobi, das ist stark. Ja, das hat sich gereift. Bitte aufzusehen. Ja, hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Beat the Beast. Wir spielen heute mal Normal. Tobi und ich haben gerade wirklich die letzten 4-5 Runden nur dominiert, weil die Gegner so abnormal schlecht waren. Und wir haben uns gesagt, Hardcore, das ist einfach Nukejack, das ist so, boah, nach einer Zeit echt schlimm. Und deswegen wollten wir jetzt einfach nochmal Normal spielen. Ich bin die ganze Zeit mit der Schrotflint am rumlaufen, weil ich die auf Diamant kriegen will. Weil er Noob ist. Ja, nennt mich Noob, wie er wollte. Auf jeden Fall, ich hab's einfach mal dabei. Und es war jetzt so einfach, die Runden für Tobi und mich. Und ja, ich hoffe jetzt nicht, dass in der Aufnahme so dieser bekannte, ja, nicht Vorführeffekt oder sozusagen Aufnahmeeffekt kommt. So von wegen, ach, jetzt ist der, jetzt muss der Knight und der Tobaskus hier wieder schlecht sein. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es bis jetzt immer ziemlich easy. Einfach für die Quote jetzt. Ja, Monster. Oder? Okay, gut. Dann lass es dir schmecken. Und jetzt müssen die in den Kommentaren raten, welche Sorte. Ja, das könnte er aber machen. Gibt's einen kleinen Tipp? Nö. Du musst mir nachher auch noch sagen, welches Monster das war, weil ich weiß es auch nicht. Schick dir sogar ein Bild. Okay, mach das Wort so nett. Alles klar. So, los geht's. Triple Nuklear. Ja, glaube ich Gott. Okta. 74-0. Einen Kind lass ich für Alex. Ziel gesichtet. Schafft es nicht runter. Schüsse am Boden. Was ist da jetzt im letzten Patch eine gute SMG? Keine. Und da klingelt es gerade und ich kann nicht hingehen. GG. Ja, dann hat der Postbote Pech. Oder meine Mutter, die ein Paket erwartet. Ich weiß es ja nicht. Oder deine Mutter, die sich ausgesperrt hat. Nein, die sitzt auf einer Couch, das weiß ich. Hat die die Couch mit rausgenommen? Ja, das kann natürlich sein. Wer weiß, wer weiß. So, man. Oh, sick ist das. Nein, da wurde ich gerade geholt. Und ja, der klingelt weiter. Also, ich mach nicht auf. Wie gesagt, ich kann jetzt gerade nicht. Ich mach auch nicht auf. Doch, Tobi, mach mal bitte auf. Fuck, Rastia spielt Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Okay. Echt was? Warum hab ich denn in der Liste? Das ist... Keine Ahnung, wie das ist. Ah, der letzte holt mich dann von dir natürlich kurz vor Drohne. Ich war jetzt voll die Streak, aber... Ich war kurz vor Orbi, also heul mal nicht rum. Okay, das ist wirklich scheiße. I will try it's tasting. Was mit dem hat er dich geholt? Ne. Ne. LoL. Ich wollte den C4 durch die Wand werfen. In dem Moment kommt ein Gegner durchgesprungen und schießt und er killt sich selbst mit dem C4 und kriegt Selbstmordhilfe. Das war gerade voll die geile Situation, das musst du dir mal anschauen. Sieht witzig aus. Boah, dieser Taste, ne? Seine Mutter hat zwölf Beine. Mann, glaub ich auch. Boah. Holy moan. Doi. Gegner und ich, wir haben gerade beide C4 geworfen. Alter, scheiße, wie ich da keine Matte. Und ich krieg einfach nur C4 zerstört. Autsch. Leute, was bin ich da reingerast gerade? Gott, war ich schlecht. Ich stehe 9-5. Digi. Reingegast? Reingerast. Reingegast. Ich kau jetzt Drohne raus, Alter. Ich seh so, ah, Konterdrohne ist oben. Na, weil ich gerade C4 geworfen hab, ne? Meine Güte. Hab auch mal Konterdrohne gemacht, ne? Ich kaufe Spaß. Ich bin stolz auf dich. Ach, du hast ihn geholt hier oben. Oder? Ja, ja. Ja, hast du? Ich hab den gedrockshottet. Yeah. Das gewöhne ich mir wieder an. Falls irgendwann mal die Situation kommt, dass man Private SNZ spielt. Zeit, na, wusste, wusste. Ne Zeit lang konnte ich das auch, glaub schon. Ja, ich auch, aber ich hab's mir abgeholt. Ja, ich ja auch. Aufgrund so übergeben, Schuss 1. Alex, wer ist der Boss? Du. Robby. Orbital Fausert. Gut, danke schön. Reinerstreak und noch 10 Kugeln im Magazin. Nice. Minderwertig. Wollte eigentlich noch aufs Nuklear gehen. Oh Gott. Na, holt dieser Avenger mich. Ich glaub's ja nicht. Vor allem wie der mich holt, ey. Los, los, schau nicht. Nein, schau nicht. Ja, lass mich hier durch. Und wieder Drohne. Ja, Gott, ich werd nur noch geholt, ey. Ist halt richtig scheiße. Für Tobi läuft die Runde super. Für mich eher richtig minderwertig bis schlecht. Nein! Dieser Avenger aufs Nuklear. Du hast gehört, du hast gemessert, ne? Ne, ne. Ich hab mir Skorpion auf den geschossen und er hat, natürlich, weil die PTV eine höhere Feuerrate hat, Wurst, hat er natürlich gewonnen. Okay. Ja, und Kubaza ist ein Eyebrunner. Der rennt ja die ganze Zeit schon rum und jetzt grad hat er mich dann wieder geholt. Ich hatte nämlich grad eine ganz gute Position, hätte ich was reißen können, weil ich Can I front von dem Typen. Sagst du mich nicht oder warum schießt du hier so auf mich? Ja, GG. Ich hatte einen Schuss weg, der wird tot gewesen und ich hätte Last Kill gehabt. 17,10. Oh, die Killcam. Alter, ja, 17,10 lief bei mir gar nicht gerade. Guck dir an, wie rot ich war. Ja, ich hätte eigentlich gerne gerade den Last Kill gehabt. Genau, Last Kill gehabt. Ja, ich musste mich wehren. Guck mal an, drückt mit zwei Schleifern. Ja, okay, es geht noch runter. Gut gespielt, Tobi. Gut, danke schön, was ist mit mir? Ja, gut, Viererquote ist halt nicht so. Ich hab auch mal so zu pushen. Na gut, keine Ahnung, für mich war die Runde jetzt so durchschnittsmäßig. Die Runden davor waren besser. Ich hör grad mal, ist meine Gradient schon irgendwie verbessert wieder? Hat der Avenger für eine Quote? Eine Einer Quote. Ja, ja, der hatte genau eine Einer, glaube ich, ne? Was war mit diesem Knife Runner hier? Wie ist der? Kabuza oder so? Ja, 1,7er. Aber, zuerst zwei Skrupelos und fünf Zornabschüsse, also Vierer-Kills. Alter, ohne Witz. KD sagt einfach nichts. Ja, da frag ich mich aber echt, wie die das schaffen, ne? Wie die schaffen, so eine KD hinzukriegen mit solchen Sachen. Also, soch, da bin ich ja besser. Und was ist der Kabuza? Okay, was ist der für ein Prestige? Ja, okay, er ist ein Prestige. Gut, ich verstehe, aber... Trotzdem. Weiß nicht. Ich bin für Kati Geheim auf jeden Fall. Ich nicht. Ich bin für Ska-Hart. Carrier, Alter. Die Maps-Ska-Hart. Carrier. Naja, gut. Ich snipe. Hm, Hust. Keine Ahnung. Genau so lange, bis ich einmal sterbe. Ich komme entweder mit der Sarah oder mit der Anne, glaube ich. Oder mit der Tri-Hard-Waffe, ich weiß es nicht. Inke Hand, Sarah, rechte Hand, Anne. Ja, ich bin Anne. Dann spiele ich die Birgit. Also, die Ballister. Ich hatte das Birgit genannt. Nö, hab ich mir nicht ausgedacht. Ich wollte schon sagen, weil Bea oder... So, das wäre ja hübsch gewesen, und da war jemand. Nein, es soll ja nicht hübsch sein. Es ist ein Sniper. Das ist pure Abfuck, weil ich nicht snipen kann. Okay. Weicht mir schon wieder. Was? Zu Snipern? Mhm. Dann lass es halt. So rund Storm. Da. Hörte, seine Mutter stirbt auch noch. Einfach zwei. Ein Headglitch. Ich habe die Kontrolle übernommen. Headglitch ist aboniert. Schön. Darf auch nur Cast. Ist einfach so. Alles klar. Das sind so die Castenregeln, ne? Oh, Leute. Nein, da setze ich gerade meine Drohne an. Und dann kommt ein Gegner, ne? Oh, Gott. Wenn wir jetzt zur Drohne haben, habe ich es gerade noch nicht geschafft. Super. Das ist so eine Map, die ich überhaupt nicht leiden kann. Warum bautest du die dann? Ich habe nicht für die geworfen. Ja, kann ich natürlich auch vorher wissen, dass die bei Zufall kommen, ne? Oh, scheiße, Alter. Der feindliche Drohne nähert sich. Oha, die Gegner haben uns eine Drohne gedrückt. Wurden gerade zerstört. War sowas wie... Der Gegner hat eine Drohne? Warte, eine Drohne. Ja, holt er mich noch. Weißt du, manche haben echt mehr Glück als Verstand. Das ist einfach so. Doch, geil. Ey, nein. Warum heute? Äh, ich habe auch keine... Ich habe auch keine Connection, ne? Weißt du, von 5-1 auf 6-4. Läuft bei mir. Das reimt sich so. Ich habe... Last High schon wieder, MP7. Ja, sitz mal. Alter, ich habe auch noch gut. Last High. Der Name. Ah, Care Package. Ich darf jetzt mal mit dir rum. Echt? Ja, falls einer von uns tut, dann können wir wenigstens der andere den noch holen. Hey, der mit seiner Skorpion. Ja, sowieso, die mal dazu. Mann, du hast mein Tod hier nicht gerecht. Ich bin mich jetzt voll ungerecht. Ich bin echt am... Meine Güte. Hilfe. Ja, von... Woll, die man mit der komme ich gar nicht klar, ne? Weil ich auf der so selten gespielt habe. Ja, das ist halt, wenn man, keine Ahnung, wie viele tausend Stunden nur Nuke-Jaked spielt. Oh mein Gott, ich habe Vorräte. Ich glaube, hier auf der Map wurde sogar schon mal eine Quad-Nuker spielt. Echt? Ja, okay. Boah, Gott, ein Glück, dass ich jetzt nicht meine Vorräte gebraucht habe, weil hier ist das gerade der Gegner so gut. Oh Gott, war das gerade schlecht von mir. Ohne Spaß. Ist ja nicht normal. Nuke-Maria. Ja, in der Tat. Wieder so ein Name, mit dem kann man alles machen. Ja, Rage-Rage. Ja, aber das ist doch gerade das coole da dran. Und das ist... Das ist echt cool. Avenger-Typ ist trotzdem voll schlecht. Verbündete Drohne nähert sich. Oh. Boah. Die Geier, meine Drohne. Oh, der Witz, der war gerade... Awkward Situation, sage ich dir nur. Jawohl, wenigstens eingeholt. Turtle, lass mich raten, er hat nicht gezielt. Oh, scheiße. Bezielt. Alter, ich bin fast tot, Gott. Jesus Christ. Echt harter Torball. Ach, unknown... Oh, unknown soldier, sagst du? Gibt's auch wieder die Typen. Aber das ist ja... Du weißt, wenn das kommt, ne? Ja, ich weiß, wenn du nur drei, ähm, Buchstaben, äh... Drei Buchstaben, dann wird das nicht angezeigt. Ich weiß. Trotzdem machen manchmal das ja absichtlich. Ja, meine Connection war... Hab ich schon noch nie gemacht. Ja, danke, dass du mir gerade gespielt hast. Aber ohne Witz, ich hätte ihn bekommen, aber... Ne, das war so lächerlich, wie lange ich gebraucht habe, weil ich stand vor dem, und selbst wenn du nicht zielst... Es kommt einer hoch. Ja, und der, was macht der mit, ähm... Keine Ahnung, was... Ja, da wollte ich schon sagen, aber wie lange der auch gebraucht hat dafür. Ja, da, lass mich doch wenigstens 24 zünden, bevor ich sterbe, meine Güte. Wie ist der da mit der Summon, und dann trifft er mich noch nicht mal, während ich stillgestanden hab? Ich hab Drohne näher zu mir. Das sind ja die Besten. Knapp das Wurf! Ey, die geiern meine Drohne! Aber was machen die? Wer macht das denn? Wir verlieren diesen... 175 Punkte, die krieg ich auch anders hin. Leute, ich hab ein Zivil-Rendu geworfen und eine Shoplight unterdurch zerstört. Läuft bei mir. Besser, als wenn du C4 gegen C4 wirfst und das C4 so zerstörst, äh. So wie ich die Gegner gerade. Ach, oder wie ich gerade abtische mal wieder, weil ich so schlecht bin. Alter! Der eine hatte aber einen Trigger drauf. Ich mach das kurz so ruhig. Ja, super. Oh Gott. Meist du Kids aus der Lobby? Ja. 1810. Tobi, ey, du fuckst mich so ab. Von das Deutsch. Du bist auf YouTube am Mittwoch. Du bist auf YouTube am Fly-Sein. Ja, genau, ich nehm' auf. Aber das ist doch schön, wenn ich... Hab' ich seine Quote wenigstens verschlechtert? Nein. Wer war das denn diese Avengers-Ties? Ja, ja. Soll' der mit der 1er-Quote, ne? Ja, 1-0-1 jetzt sogar. Echt? Wow. Ja, er hat sich voll gesteiert, also der ist echt krass am Abgehen. Ja, der kann's ja schon mal klatschen, ne? Würde ich sagen. Nö. Ich mach nur Vorräte bei mir raus, das ist mir einfach zu riskant. Ich drück mir lieber Drohne, Konterdrohne, Blitzschlag einfach. Kriegst 5 Euro von mir, wenn du Orbi, Hundestaffel und SchrammendTDM-Arei. Genau. Avengers-Ties. Alter, hab' ich grad'n Mückenstich am Finger, oder ist das was anderes? Autsch. Krebs. Krebs. Sie haben Fingerkrebs. Nein! Ja, Raid! Na, ah, ja. Hey, ich liebe Raid. Ja, Raid ist nicht schlecht. Da kann man was machen, ne? Da kann man vor allem quitten, wenn's einem auf die Eier geht. Hey, du quittst jetzt aber nicht raus mit mir in der Parsi. In MW3 war das Geld, aber Johnny, ich glaub, Aiden4Reaper, und da bin ich einfach rausgegangen mit dem. Bei MW3 konntest du ja... Ne, war's ja gar nicht so Tatsache, er hat 11k Abos, haha. Okay, apropos Johnny, hatet ihn bitte, lügen Johnny auf Steam. Der schreibt auch manchmal Kommentare unter meinem Video, nein, Spaß, er liebt ihn nicht. Der, der, der hat mir grad Krebs geschrieben, so, als hätte er gewusst, was wir sagen. Hurra, ich bin im Video. Grüße an dich. Das ist ein Abo mehr. Yay. Der Geier hat voll da drauf jetzt. Aber sowas war. Nein, da hat er mich geholt, oh Gott, was hatte ich für ein scheiß Aim gehabt, warte. Wir verlieren diesen Kampf. Boah, kennst du das? Wenn es die ganze Zeit immer so im Einkill-Unterschied steht, dann, wir verlieren diesen Kampf, wir gewinnen diesen Kampf, wir verlieren diesen Kampf, wir gewinnen diesen Kampf. Boah, Alter, nervt mich das ja immer. Na los, auf die Beine. Mach mal näher, Deckung. Nein, er kommt wieder von hinten. Das ist ein Abschubfeindpflichtig ohne Lärz. Bin gut. Lass es noch nicht so raushecken. Wäre ja nicht, dass die Gegner quitten. Scheiße. 4-2. Alter, hat der geschluckt gerade. Ohne Witz. So wie. Keine Ahnung, fällt jetzt nichts ein. Das war schön, ich habe bisher noch kaum geraged, ey, bei mir. Mein Blutdruck ist noch normal. Noch. Ohne Witz, werte Black Ops 2 hat einfach mein Leben schon um fünf Jahre verkürzt wegen Ausrassen. Ich höre das so einfach. Wahrscheinlich. Irgendwann gehe ich so zum Arzt und so, ja, sie haben fünf Jahre weniger zu leben, wegen Black Ops 2. Nein, ach, das war ein Gegner. Nein, ich bin gerade voll abgelenkt. Oh Gott, ich gehe kaputt. Ich stehe 4-4. Oder witzig, wie schlecht bin ich denn bitte schon gerade? Wie stehst du denn, Tobi? 7-4. Gott, Alter, wie bin ich denn das gerade wieder von mir war? Oh ja, Steam-Name, der Alex-Reparateur. Ja, wow, ein Grupp. Auf dem Profil steht dann, äh, repariert Alex, wenn mir da nicht mehr kaputt geht. Wäre eine Option. Seiner, ich habe ihn doch gehört. Sag ich ja. War dieser Soronen, Alter. Was ist mit dem? Das war der, der eben geschrieben hat, äh, Juhu, ich bin in dem Video, ne? Ja, ja, äh, den Namen zensierst du bitte. Wieso? Das ist einfach übel, der Abfucker. Das war das bestimmt absichtlich. Guck, guck, der sich so das Video an, dann sieht er einfach nur seinen, äh, pensierten Namen. Genau. Dauerhaft. So ein schwarzer Balken über den Spieler. Aber mit Paint, so, so voll schiefen, ähm, schwarzen Balken gezogen. Ich bin so slashed. Das ist ein schneller. Du hast voll den Sprachfehler. Du slispel gerne, okay, was? Nein. Fang gleich an zu lachen, und wenn ich lache, kann ich nicht spielen. Ich hab aber gar nicht so viel mehr dabei, ich weiß nicht. Ich schon. Gott, bin ich schlecht! Ich steh 8-6. Mach dich das wieder happy, wenn ich sage, ne Nanosekunde, nachdem du gestorben bist, hab ich den Gegner gekillt? Krass. Nein, darum geht's mir ja nicht. Es geht vom Damm, das ich ja gerade aufnehme, und dass das für meine Aufnahme einfach mega behindert ist. Ja, guck's dir an! Nee, weißt du was? Gut, 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 das reicht mir jetzt. Jetzt kommt echt meine Abfahrklasse mit der Schrotflinze. Und du willst, ich reiß halt grad gar nichts. Das ist halt mega behindert. Ich werde nur geholt, ich hab einfach keine Connection. Beziehungsweise, ich bin einfach richtig schlecht gerade. Das fad mich mega ab. Oh Gott, wie lange ich den verfolge, ich habe mir einen Kill sogar. Das muss ich auch lernen, man darf Gegner einfach nicht so lange verfolgen. Ja, das weiß ich allein aus League of Legends. Dass man das nicht machen darf. Du vergleichst grad COD mit Leuten? Nein, dass man den Gegner nicht chasen soll. Okay, man kriegt von beiden Spielen Krebs, aber... Ja, das ist ein guter Vergleich. So, jetzt kommt die Abfahrt, das hab ich gesagt. Guck mal nach, Mann, ey. Nein! Ich geholt mich dann. Wird gebrückt. Man hat einfach mit dem Messer eine Range von 1000 Metern. Ja, das ist so. Das ist echt voll komisch. Ja, du zichtst halt so ein bisschen nach vorne, ne? Und dadurch bekommst du die dann halt meistens. Auch hier suchen und zerstören auch demnächst. Dann komme ich direkt in den Gegner-Spawn rein, ey. Boah, ich bin nicht gestorben, geil. 15,9, immerhin. Ohne Witz. Ich mein, das ist ja nicht schlecht. Manche würden jetzt sagen, das ist richtig gut. Also, es ist ja gut. Aber, und Spaß, nee. Ich frage die jetzt mal, weil wir können dann Private Search and Destroy theoretisch machen. Naja, gut, auf jeden Fall, dann war's das mit. Oh mein Gott. Ähm, naja, gut, auf jeden Fall, dann würde ich sagen, äh, ich frage die jetzt mal, ob die Lust haben mitzumachen. Äh, darf ich sagen, ich hoffe, dieser B2B-Part hat euch gefallen und dann sehen wir uns zum nächsten wieder. Bis dahin, ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.